Ja, hoi, Buana, hoi! Hey, Monika, hoi! Was geht da? Ja, wie geht's dir denn? Ja, gut, dir, was tust du alleweil? Ja, ich bin alleweil noch beim Studieren und du? Na, aber dann weisst du wohl. Nein, nicht, noch machst du es gut, gell? Tschüss, gell? Tschüss, Püti. Ha, so ist das. Ho Mai, bin der Kuhm! Ja, wer war denn das? Ach, das ist wohl eine Monika, die ist mit mir frier. Eine Freundin! Was? Hab's gehört, er hat eine Freundin! Meinde, meinde! Ja! Ja? Meine Oma murnt mir seinen Zamm. Ja, den Buena, den kannst du mir schon immer vorstellen. Ja, meinig, ja! Ah, genau, ich bin schon Uroma, wenn er ihn will.